Hallo an alle Menschen mit einem Erbe von einem sehr schlechten Menschen. Wir schauen mal aus. Wir schauen heute die Maria. So denkt Maria über den Massen in ihrer Familie. Frag eine Holy, Holy Hell. Frag eine... Ich kann nicht lesen. Ich weiß nicht, was da steht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mein Name ist Maria. Vor ein paar Jahren habe ich herausgefunden, dass mein Urgroßvater im KZ Neuengamme Blockführer und Rapportführer war. So solltest du dich auch nicht vorstellen beim Bewährungsgespräch. Seitdem arbeite ich dieses Erbe in verschiedenen Initiativen auf und probiere bewusst, mediale Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Aber ich meine, hat er das so gut verdient? Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo Maria. Willi hat sich gefragt, wie hast du über die Tätigkeiten deines Urgroßvaters im KZ erfahren? Ja, ich habe über meine Eltern... Die hat einen Vortrag an deiner Schule gegeben, was? ...eltern davon erfahren. Denn meine Eltern haben vor ein paar Jahren Ahnenforschung betrieben, beziehungsweise meine Mutter. Die fand es sehr spannend herauszufinden, was ihre Familie gemacht hat. Und hat auch meinen Vater abends auf dem Sofa dazu aufgefordert, dasselbe doch auch zu tun. Und dann hat er einfach mal den Namen seines Großvaters bei Google eingegeben. Und es erschien ein langer Wikipedia-Artikel über die Taten seines Großvaters. Holy. Ja. Und meine Eltern haben dann angefangen, das aufzuarbeiten. Das ist jetzt ganz knapp formuliert. Und als sie das getan haben, haben sie mir davon auch erzählt. Schmadeldadel. 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 Also, tatsächlich. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie mein Urgroßvater hieß. Also, wir hatten... Ich will das jetzt nicht sagen, obviously. Aber wir hatten zwei Familien quasi so... Das hat sich so aufgeteilt. Und beide Familien hatten so einen geilen Namen. Also, legit, so wenn du den Namen hörst, dann denkst du dir, boah, geiler Hund. Weißt du, was ich meine? Aber, ähm, ja, wenn ich das nachschauen würde, ich weiß nicht, ob da was kommen würde. Ich glaube kaum. Und ich glaube, da würde auch, wenn dann nur was kommen, wenn du halt was richtig Krasses so gemacht hast. Weil ich meine, das Internet gibt es jetzt auch nicht so lange im Vergleich. Und wenn jetzt irgendjemand vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren irgendwas gemacht hat, dann muss sich das irgendjemand anders so lange gemerkt haben oder irgendwelche Dokumente dazu haben, dass der das irgendwann mal in Zukunft dann ins Internet reingeschleust hat und sowas. Ich glaube nicht, dass meine Urgroß, äh, 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 weißt du, Familie sowas Krasses gemacht hat. Imagine. Irgendwann mal meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder, vielleicht landen die random auf dem Video, ne? Die werden sich das anschauen und werden sagen, boah, einer. Wegen dem haben wir jetzt ein Vermögen von 80 Milliarden Euro geerbt. Das ist ja crazy. Der fragt sich, wie hat dich diese Erkenntnis verändert? Kaiser von Riesenlümmel, ist true. Ich würde sagen, es hat mich in gewisser Weise politisiert. Früher waren auch für mich die Erzählungen des Nationalsozialismus graue Geschichtsbücher. Sie waren Dokumentationen, die mich erschreckt haben, aber nicht weiter berührt. Ganz gut, man hat gottlos viel Geld im KZ verdient, vor allem als hohe Position. Dann hat man nämlich nicht nur in einem KZ gearbeitet, man hat ganz Gebiete mit gefangenen Transporten verwaltet. Die Arbeit war hölle anspruchsvoll, vor allem wegen den unterschiedlichen Lagern. Man musste die Transporte splitten in Arbeiter und, oh mein Gott. Ja. Mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte und auch damit, dass ich immer mehr Empathie dafür empfinden konnte, weil es mich selbst berührt hat, konnte ich feststellen oder spüren, dass das nicht nur ein graues Geschichtsbuch ist, sondern dass das Taten sind, die tatsächlich passiert sind und dass diese Taten nicht so lange her sind. Chanan Sengül hat sich gefragt, was hast du genau geerbt? Also für mich habe ich beschlossen, eine gewisse Verantwortung zu erben. Verantwortung insofern, dass ich hier stehe, offen über meine Familiengeschichte berichte und damit dazu auffordere, auch heute noch Aufarbeitung zu betreiben. Was würdest du in der Situation machen? Das ist eine gute Frage. Entweder Boah. Entweder du verkaufst dann quasi, was auch immer du geerbt hast oder du hast Geld oder wie auch immer und du kannst es ja spenden, wenn du das möchtest. Ich meine, das macht jetzt auch nichts wieder gut oder so, aber ich meine, dann hast du wenigstens so das Gefühl so, ah, okay, der hat damals in dem Kassett gearbeitet und hat sich quasi dafür eingesetzt oder so und jetzt quasi mache ich das genaue Gegenteil und halt so, haha, fuck you, so weißt du, was ich meine. Du kannst aber auch das, keine Ahnung, vielleicht irgendeine Organisation davon gründen oder so. Es kommt aber wirklich darauf an, wie viel das jetzt ist, wenn sie irgendwie 20.000 Euro geerbt hat oder sowas, dann kannst du jetzt nicht großartig damit irgendwas quasi ins Leben rufen oder so. Pfababf möchte wissen. Hä, was hast du genau geerbt? Verantwortung? Ach, come on. Gibt es Konflikte in deiner Familie, wie man deinen Uropa beurteilen sollte? Meine Oma, also nochmal die Tochter von Wilhelm Dreimann, das ist der Name dieses Mannes. Wilhelm Dreimann. Hat natürlich immer gesagt oder am Anfang auch abgestritten, dass er ein Mörder war. So ist sie erzogen worden von ihrer Mutter und das war tatsächlich auch ganz lange so in ihrem Bewusstsein. Okay. Ach, Nazi-Erbin ist dann wirklich so gemeint. Na, ich dachte, er hat wirklich viel Geld verdient. Und dann ist halt auch die moralische Frage, was machst du, wenn du jetzt auf einmal im Luxus lebst, aber du weißt halt, von wem das kommt. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, wenn ich eines möchte, dann möchte ich, dass meine Mutter versteht, dass er ein Mörder war und ein Sadist war und ich möchte, dass sie das selber auch formulieren kann. Darüber gab es schon gewisserweise einen Konflikt oder sagen wir eher Aufklärungsbedarf, auch bei meiner Oma. Und irgendwann gab es einen Punkt, da hatte ich meine Oma am Telefon und da hat sie mir gegenüber gesagt, ich bin ihr einziges Enkelkind, das sie sehr liebt und hat dann gesagt, Maria, du musst verstehen, ja, vielleicht war er ein Mörder, aber er war auch mein Vater. Ja, okay, ja, aber ja, okay, okay, das ist eine bessere Aussage, als ich erwartet hätte. Eine Aussage, mit der ich am Anfang nicht so viel anfangen konnte, die ich aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Aufklärung immer mehr und mehr verstehe, dass ein Mensch, der so schlimme Verbrechen begeht, trotzdem auch ein weiteres sehr humanes Gesicht haben kann. Und gerade, weil ich das verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, damit kritisch umzugehen, weil ein Mörder oder so jemand Schreckliches das nicht auf der Stirn tätowiert hat, sondern, ja, wir brauchen diesen Menschen keine Maske abnehmen, denn sie tragen keine. Sie sehen aus wie du und ich und genau das ist auch die Gefahr, die dahinter steckt. Da Domi fragt sich, hat er nicht eigentlich nur Befehle befolgt? Also ich glaube, also eigentlich auch krass formulierte Aussage und sowas. Ich weiß nicht genau, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wenn du Mitarbeiter, also Mitarbeiter, wenn du, wie sagt man, KZ-Wärter, wie auch immer, so Blockbefehlshaber, wie auch immer, warst, wie kommst du dorthin? Ich meine, du wirst dich ja nicht bei einer Stellenausschreibung oder sowas irgendwie bewerben, sondern du wirst wahrscheinlich ein militärischer Mensch sein oder nicht? Das würde zumindest für mich Sinn machen. Es sind ja da noch ungefähr solche, also die gleichen Ansprüche oder sowas. Dankeschön für das Versetzen von dem Ex-Hen-Mann. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber er hört sich weird an. Denkst du, Bumsi, ne? Es geht durch Beförderung. Ja, aber du kommst, du bist so im Militär und dann bist du so rüberverschoben, oder? Kann ich ziemlich klar von ihm weisen oder wie. Weil ich sage dir ehrlich, ich persönlich könnte, und ich weiß das, weil ich weiß, was für ein Typ Mensch ich bin, ich könnte das nicht machen, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, viel Geld verdiene und auch wenn dies und das und jene, ich könnte es nicht machen, weil ich würde einfach den Druck und diese Schuldgefühle und dieses, keine Ahnung, all diese Negativität und sowas, du kommst in die Arbeit unter Anführungszeichen und siehst einfach nur Menschen tagtäglich, die vor dir verhungern, die sterben, die sich zu Tode arbeiten und sowas. Und das macht ja auch langfristig etwas mit dir. Und ich glaube, das würde ich auch einfach für mich selber nicht aushalten. Natürlich weiß ich, das ist jetzt nicht die Lösung. Jo, wenn ich es nicht mache, dann ist es gelöst oder sonst was. Dann macht halt irgendwer anderer. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Denn ich habe im Archiv recherchiert, in der Gedenkstätte in Neuengamme. Und da kamen aus etlichen Briefen, die geschrieben worden sind, und aus Zeugenaussagen schon ziemlich genau heraus, dass er eine sadistische Freude daran gehabt hat, diese Befehle auszuführen. Das glaube ich gerne. Er wurde, glaube ich, nicht umsonst der Henker von Neuengamme genannt. Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die da nur Befehle ausgeführt haben. Aber mein Urgroßvater hat nicht dazu gehört. Davon gehe ich aus. Plant Love fragt, Was würdest du deinem Urgroßvater gerne fragen oder sagen? Tja, sagen würde ich ihm gar nichts. Ich würde ihn fragen wollen, wie er aus einem einfachen Polizisten, aus Detmold, ein Massenmörder werden konnte. Also safe, sehr viel mit Machtposition und auch Hass gegenüber anderen Menschen. Die beiden Sachen gemischt mit diesem sadistischen Ding. Du magst es, andere Leute einfach leiden zu sehen. Wenn du die drei Sachen kombinierst, dann kannst du da unfassbar grausame Menschen finden. Was hat ihn dazu bewegt? Weil ich kann nur vermuten, dass es daran lag, dass er schnell Karriere machen konnte mit immer größer werdender Brutalität, was einfach in diesem Zeitalter sehr gefragt war, so blöd es sich anhört. Das, vermute ich, hat ihn getriggert. Und er war wahrscheinlich in der Anlage relativ brutal. Und das hat ihn weit nach vorne gebracht. Ich würde ihn aber trotzdem gerne fragen, ob die Gedanken, die ich dazu habe, stimmen oder was vielleicht noch die Punkte waren. Denn wenn ich das noch besser verstehen könnte, könnte ich dafür sorgen, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. Aber ich glaube gar nicht, dass er auf Ernst, dass er eine korrekte Antwort darauf geben könnte, sondern er würde einfach sagen, hä, ich mache doch alles richtig, weil das sind ja eh keine Menschen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Menschen, die reden sich das auch selber so schön, sodass du gar keinen Konflikt mehr in dir selber drinnen trägst, wenn du das machst. Hianaka Born hat die Frage. Glaubst du, so als könnte sich in deiner Familie eines Tages wiederholen? Es gibt eine Theorie, die besagt, dass sich so etwas weitervererbt. Und ich kann nur hoffen, dass dadurch, dass ich jetzt und hier sehr viel dafür tue, Aufklärung zu betreiben, dass sich das auch festsetzt, zumindest in dem, wie ich mein Kind erziehen kann. Und wir eher eine Familie werden derer, die sehr feine Antennen dafür entwickelt, wenn solche, ich sage mal, Systeme wieder Fuß fassen und davor warnen, als dass wir wieder jene werden, die dieses System unterfüttern. Ja, ich habe auch mal gehört, wahrscheinlich so 99,9 Prozent der Menschen würden von sich selber behaupten, dass sie unter so einem Regime nicht diejenigen wären, die da mitmachen würden. Oder dass sie so voll die Anti-Bewegung wären oder sowas. Und das ist Bullshit. Also ich glaube das von mir selber auch, ich glaube das von mir selber auch, dass ich da nicht mitmachen würde und dass ich da so voll distanziert wäre. Und ich bin so, ich bin ja generell eigentlich in Recht, ich versuche mich recht, wie sagt man da, eigenständig quasi zu verhalten. Also ich möchte am liebsten so, nicht abgekapselt wie möglich, aber quasi so unabhängig wie möglich sein. Und ich möchte kein Glied in einer Reihe sein, sondern ich möchte nur also quasi ein eigenständiger Mensch sein. Aber es ist halt eine unfassbar, nicht nur ein unfassbar gesellschaftlicher Druck und das war ja auch damals sehr wichtig. Das ist auch damals sehr wichtig gewesen. Und vor allem, du kannst es dir ja auch nicht leisten, einfach aus deinem Land abzuhauen oder sowas. Damals auch die Bildung, du kannst dich nicht nach irgendwo fucking nach Frankreich ziehen oder sowas, einfach so random. Du hast vielleicht nicht das Geld, du sprichst vielleicht keine andere Sprache und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so einfach. Blödsinn, Widerstand ist nicht so einfach. Das ist sehr unbequem, besonders weil es gefährlich ist. Ganz genau das. Ganz genau das. Weil dann bist du vielleicht dagegen, aber dann sind die ganzen Leute um dich herum, sind voll das auf dem Trip oder haben auch selber Angst. Das ist ja auch das. Du musst nicht mal in der Überzeugung sein, dass irgendwie, keine Ahnung, diese Menschen schlecht sind und dass die weggehören und bla bla bla. Sondern du hast einfach nur Angst, etwas anderes zu sagen und dadurch sagst du auch etwas anderes und dann streckt sich das über das ganze Land quasi durch und dann immer noch mal, bist du die letzte Person, die das sieht und denkt sich, ah, okay, alle Menschen denken genau das Gleiche und ich bin halt der andere. Bevor sie mich jetzt auch irgendwie, bevor sie sonst was mit mir machen, bin ich auch der gleichen Meinung. Und so funktionieren halt Menschen. Patrick Legend 238 möchte wissen, hast du versucht, Kontakt mit den Nachfahren der Opfer aufzubauen? Was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich ins Gespräch komme mit Menschen, die auch aus Täterfamilien kommen, mit Menschen, die auch aus Opferfamilien kommen. Und ja, ich habe schon an ganz spannenden Podiumsdiskussionen teilgenommen, wo Menschen saßen, die Nachfahren sind von Widerstandskämpfern und dann kam ich mit dazu. Und das war natürlich kein einfacher Weg, weil da saßen Menschen, die aus Familien kamen, die wahnsinnig viel Mut aufgebracht haben in ihrem Leben, anderen Menschen zu helfen und Widerstand gegen dieses furchtbare Regime zu leisten. Und dann kam ich, Nachfahrerin eines Massenmörders und habe mich da hingestellt. Das war natürlich nicht ganz einfach, aber wahnsinnig wichtig. Sandro? Ja, es ist halt bitter, weil ich habe mir in dem Moment auch gedacht, wenn ich Vorfahren hätte, die halt dadurch ums Leben gekommen, also nicht ums Leben gekommen, die ermordet worden sind, dann hätte ich keinen Bock, jetzt zum Beispiel so mit ihr darüber zu reden. Andererseits, sie kann halt auch gar nichts dafür und sie hat halt auch nichts gemacht, was irgendwie falsch war in ihrem gesamten Leben nicht. Sie ist einfach als Baby auf die Welt gekommen, sie hat die längste Zeit nicht mehr gewusst, dass das ein Teil von ihrer Geschichte ist und da würdest du ja auch nicht mehr drauf kommen. vielleicht habe ich, keine Ahnung, mein Ur-Urgroßvater oder sonst was, hat sonst was gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. Wenn ich das wüsste, Bruder, es wäre eigentlich sehr interessant. Es wäre sehr interessant. Sandro DBY fragt sich, hast du selber Anfeindungen erlebt? Zum Glück nicht. Und darüber bin ich auch sehr dankbar. und das auch, obwohl ich sehr bewusst in die Öffentlichkeit gehe, weil ich es wichtig finde, darüber zu sprechen, weil 70 Prozent der Deutschen eigentlich Vorfahren haben, die Täter in der Familie haben, aber niemand sich hinstellt oder nur wenige sich hinstellen und sagen, ja, ich komme aus einer Täterfamilie. Es gibt viele Opfergeschichten und das auch völlig zu Recht, denn nicht die Täter sollten in den Vordergrund gerückt werden, sondern die Opfer. Das finde ich völlig richtig. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gut und richtig ist, wenn Menschen, die einen Täter in der Familie haben, die Generationen weiter sind, dann irgendwann sagen, ja, das war so. Und aus den und den Gründen war das so. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht dafür angefeindet werde, sondern dass man mich versteht und verstehen will und es eher gut findet, dass ich die öffentliche Aussprache suche. Habibi 3 fragt sich, wie wirst du deinem eigenen Kind davon berichten? Bruder, den Namen. Ja, das ist mit heute und kriegt also schon auf allererster Ebene mit, dass ich versuche aufzuklären. Das ist echt beschissen, weil wenn du das einem Kind mitgibst, dann sieht es das direkt als Teil von seiner Identität. Dann entwickelt es vielleicht so eine Abneigung gegenüber seiner eigenen Familie oder Abstammung oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht. Oder ist es dann normal? Naja, okay, der Urgroßvater in seinem Fall oder in ihrem Fall, keine Ahnung, ist ein Massenmörder. Ich habe damals schon gesagt, dass ich auf jeden Fall eine Rose in den Rosengarten, das angelegt worden ist für die Kinder, die umgebracht worden sind, pflanzen möchte, wenn mein Kind zur Welt kommt. Und ja, das steht ganz oben auf der Agenda und ich möchte natürlich möglichst offen damit umgehen, aber selbstverständlich auch erst in einem Alter, wo mein Kind das nachvollziehen kann oder verstehen kann. LOL25 fragt sich. Die Gärtinnahme, die werden immer debater. Findest du, dass wir in Deutschland genug für die Erinnerungskultur tun? Es wird sehr viel getan dafür, das kann ich sagen, weil ich das mitbekomme auf vielen Ebenen, auch vor allem von diesen Gedenkstätten, was ich ganz toll finde. Da sind ganz viele Menschen, die sich sehr viel Mühe geben, etwas für die Erinnerungskultur zu tun. Ja, ich finde auch, das Beste, was du machen kannst, ist mit der Schulklasse einen Ausflug zu so einer, oder zumindest zu so einem Museum oder sowas zu machen, weil das ist, das machst du dann wenigstens greifbar. Was ich vermisse in allen Seminaren, in allen Diskussionen, an denen ich teilnehmen darf, sind die jungen Leute. Ich würde mir sehr... Ich glaube nicht, dass, by the way, dass man rechts wählt, wenn der Urgroßvater irgendwie ein Nazi oder sonst was war. Erwünschen. Dass es nicht nur jene interessiert, die direkt davon betroffen sind oder betroffen waren, sondern dass es auch die interessiert, die in meinem Alter sind und jünger und vielleicht keinen direkten Kontakt haben zu, ja, zu solchen Nachfahren, sage ich mal, oder zu solchen Geschichten, dass sie trotzdem sagen, okay, ich interessiere mich dennoch dafür. Und ich glaube, da junge Formate zu finden, die das irgendwie vermitteln, das wäre echt noch große Aufgabe in der Bundesrepublik. Und vielen Dank, frag ein Klischee, dass ihr mir so eine Bühne bietet, weil ich weiß, dass ich hier genau an jene komme, die ich in den Seminaren sonst vermisse. Ja. Nein, es ist Bombe. Es ist Bombe, was sie macht. Und es ist gut, was sie macht. Und in Wahrheit, denke mal drüber nach. Das ist gar nicht so lange her. Das ist überhaupt nicht so lange her. 80 Jahre oder sowas. Es ist, Bruder, zack und so ist es wieder um. Wenn ich Glück habe, dann lebe ich auch mehr als 80 Jahre. Imagine, Leute werden dann in Zukunft, die werden von 9-11 sprechen, so wie wir jetzt vom Holocaust. Das ist so extrem lang her und bla 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 und das ist ja eh schon wieder und das wird ja nie wieder passieren und sowas. Bruder, das war gerade eben, wenn du dir die Menschheit anschaust, das war, gerade eben ist das passiert. Irgendwann einmal, denke mal so drüber nach, irgendwann einmal, wenn du so an das, keine Ahnung, 14. Jahrhundert oder sowas denkst, dann denkst du ungefähr so, ja, stellst dir ungefähr so den Menschen vor und ungefähr so war das und sowas. Und wenn dir einer aus dem 14. Jahrhundert sagen würde, naja, das ist 1400 passiert, aber 1480 waren die Menschen komplett anders, du wirst dir denken, na, es ist ja immer noch genau das Gleiche und sowas. Und genauso ist es heute auch. Es ist wichtig zu wissen, dass es jederzeit so sein kann, dass sich Menschen radikalisieren, aus was für Gründen auch immer, sei es aus Abneigung, aus, keine Ahnung, Angst, selber irgendwelche Repercussions zu erfahren und sowas. Und ich finde es gut, dass sie sich dafür einsetzt und gerade auch mit so einem Fall quasi oder mit so einem Familienschicksal, dass sie sich dann auch dementsprechend dem widmet. und dann auch mit so einem und dann auch mit so einem Schicksal,